ja hallo und herzlich willkommen wieder zurück beim orakel wir starten jetzt endlich auch mal mit dem orakeln dortmund gegen schalke das derby turnier direkt der derby kracher als allererstes orakel spiel besser besser geht da wohl nicht auf jeden fall spielen wir alle wieder mit der hartwig ist nur grad ein bisschen ruhig ich bin nicht ruhig ich hab die ganze zeit was gesagt ich bin nicht ruhig spiel an meinem kleinen penis das ist ganz groß geworden was ich hier mit den scheißern machen soll ja hünteler als lm lassen oder so wie aufstellung annahmen schnell kannst du lassen so mit der kack wir dürfen uns noch nicht kontern lassen kontern hat die einfach auf die ja aber schieber tun wir erstmal raus und wir wollen losgehen natürlich rein willst du Ben doch die kehl reintun ja 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 meine kehl ist auch etwas trocken du musst jetzt ein bisschen in die schalker vertrauen sonst schaffen wir das nicht willst du denn Götze im kasten oder Röster hinstellen du musst dir einfach vorstellen dass das eine gute Mannschaft ist jetzt kannst du an links stellen kann ich nicht so viel vorstellungskraft besitze ich leider nicht wenn ich schon mal diese russen gasprom dinger da seh könnte ich schon brechen jay glaubst du denn da Dortmund wenigstens gewinnt da krauseln mir die sackhaare wieder ja wir tippen natürlich auch wieder also unser tippspiel gibt es natürlich wieder 3 0 Dortmund ich sag 2 ich sag 2 1 Dortmund ich sag 3 1 Dortmund weil Veränder Fäller kriegt ihm noch ein Tor rein deswegen zwei Mord sein fänner ist sie er hat die ein Rundes Sécal WAT das gegen das ist ja sie sind also wie beide auch der Art wie die abgeräte Gruppe oder Hammer also Weinen Fäller ist richtig Pro und so und um das ich meine ich eslöbe dem Wasserschein der Lied ja schon mal hat mit dem Wasser einleitende die Schuhen auch jetzt das Frank Buschmann ist Mourtney Presente ist das haben die tippst du ich hab 3 1 getippt du hast 3 1 ich tipp 1 0 mal für dortmund wohl dort nie im leben so viel zu einer tippt auf schalke man muss halt orakel zu auf schalke tippen keine tore wer ist schiedsrichter ansgars von hauenstein die sind ja unterschiedlich streng also wenn du einen freistoß machst dann kannst du die mauer kannst du mit der mauer nach vorne gehen und da gibt es dann schiedsrichter die geben dafür geld oder der krieger letztens geld gekriegt als im live stream gegner sich wieder ruhig kräftet für er gespannt 4 euro oder übrigens jetzt nicht mehr auf dem pc sondern auf der playstation 3 das ist ein bisschen beschissener aus nur die verbindungs abbruch kacke hat uns dann dazu gezwungen jetzt also auch noch einmal das erste orakel spiel nicht ab er sitzt im doch aber keine warte über der heimweise den kleinen schlumpf block in einem signal die duna park ich bin schon wieder gut drauf warte jetzt nähe jetzt sieht man den schwenker wahrscheinlich nicht mehr gerade hast du keinen scheißblock gesehen den taubenschiss ich bin hier ein klasse hund schon ich bin schon wieder gut drauf ey boah wenn ich schon da den hühnerstall da seh boah Johnny schlägt sich gleich für jedes torwart er schießt weißt du die müssen wir auch noch dort mit einem weiß blauen ball spielen ich bin blau wir spielen jetzt hier erst tricksen nein quatsch das kommt noch das ist jetzt auch mein erstes to and to weil ich jetzt mal spiele ich hab überhaupt keinen plan das ist echt übel das ist ja ewig her dass ich nur wackelt habe ja 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 zu EM ja ist doch ewig her das stimmt nice schade aber sind die langsam die sind aber echt hardcore langsam das ist echt der Hammer alter außer der und der schnell du schläfst ja ein lol wieso licht hat sich denn den ball so weit vor wie sich verarscht und da hat er irgendwie abgeletzt oder so dicke lippen hat was was wo wir sind voll langsam lol nein boah da kann ich nicht mehr leck mich am Arsch jawoll so jetzt los du Frikandel renn bin dabei boah die Frikandel kann nix gibbet nicht boah alles klar dann los Meerschweinchen ok Meerschweinchen köpfe weg Meerschweinchen ja die leben in Peru die leben in Peru in den Anden also die wilden das war knapp das ist der Peruaner der der verfahren boah was geht denn hier ab Pizarro wird auch für ewig ein Meerschweinchen für mich sein ja komm Jay dann renn mal renn wir mit also die Guerrero so jetzt kommt ne monster geile Fornoflanke ich hab's gemacht das gibt's ja nicht jawoll aber nice ich muss mich jetzt leise freuen Abfallei hat das 1 zu 0 gemacht und wieder so eine Situation wo man glaubt er muss doch sprung jawoll und da ist der nächste Fehler oh hau das den ein ja das wird dem Ball nicht weggepasst ja du hast ihn aber wegge... hast du den Trick gesehen du hast aber eigentlich in den Typen reingetrickst der war einfach nur zu unfähig den Ball abzunehmen ja eigentlich ist der Subotic ja ziemlich geil find ich in diesem Fifa Teil eigentlich fällt der gar nicht doch jetzt musst du eigentlich nur verteidigen Ali die müssen wir eigentlich nur Hore schießen ich hab den Ball nicht richtig ja das Spiel geht grad nur 10 Minuten naja das ist auch wenn wir schon mal die die voraussetzungen dass Halbi und ich uns gleich nicht ankeifen werden ja ja zumindest hast du mal ein Tor geschossen und ich hab schon ein Tor geschossen das ist doch schon mal super ja du hast das gekriegt lol da solltet ihr eigentlich nicht hingehen ja komm her der Japse schafft das schon na schon ja lol da steht keiner naja da steht keiner doch schon Torwart die Dortmunder sind ja nicht so geil in die Saison gestartet muss man sagen ja ging sonst gar nicht die waren ja schon viel mehr gerissen lol warum hat er sich hier nicht mehr bewegt oh mein da wollte ich schließen da wollte ich direkt abziehen schade schade wie tief was war das denn wieso geht der Spieler denn da nicht dran oh da wollte ich nicht hin passen da wollte er nach unten passen äh er hat geradeaus passen Schuss auf Rolls mann nein alter wieso passt der denn nicht ja tut mir leid der hat nicht gepasst oh da wollte ich den Ball da wollte ich den Ball aber treffen da tut mir leid da wollte ich den Ball Moment mal da muss er auch rot geben das kann doch nicht sein da war der letzte Verteidiger ja das ist doch so doppelbeschrafen gibt es nicht mehr die Frage ist jetzt erstmal wer den Nachsatz abwehren darf nicht so gut der Borg ja wie Alter oh mein Gott ich bin im Show wie spricht man mit R3 ne mit R ja ok ok also sonst muss ich keine Tastrophe Hummels ist der beste Elfmeterschütze mit einer 72 Ne automatisch zugewiesen einfach Ne die sind alle schlechter Ne Nimm Weidenfeller der kann auch geil schießen die sind alle schlechter das ist ein solcher Hummels an den Reus und dann ist dem Robben dann steht es weg noch 2 0 ja ja ich habe mich schafft du hast nicht geschmeckt nicht geschossen ich habe zu lange in der in der Auswahl guckt der WDR mein Gott eh ohne Scheiß weißt du mir blutet das Herz als Dortmund verneblamiert die voll gerade Westen bis die beiden du hast nicht gewonnen ja da ist außerdem habe ich nicht alleine gewonnen wenn dann am hd nicht zusammen mal gehen zusammen unter und wir werden auch zusammen ja was hat denn jetzt auf den Köpfen der Dortmund da sitzen werden wir gewonnen haben und auf unserem Scheiter Kaviar oh mein Gott so jetzt rennt die Krokette ne ich wollte auch eigentlich zu der Krokette passen aber da hat der Mauer der ist ja richtig fix der von Moin Götz mein Gott komm, hau das Ding in die Mitte und geht ihm ab jetzt wollte ich es erst Jay, was machst du denn? Tricksen? Jay wollte auch nicht mithaben Jay, wir dürfen uns jetzt nicht aus dem Fenster lehnen hier ja solange wir den Ball halten, ist das gut, oder? nein, ich wollte doch schießen, Mama mal, leg den doch nach oben einfach wie eine Wand stand zieh ab ja, wollte ich gerade, aber hat er sich denn nur, ich hab, ich hatte den Ball, Mama oh ich gar nicht gemerkt arriere nee, nah,au das ist gut ich hab's in der Mitte weiter Layers ja sie der Vertreter der Verteidiger gestanden ist in der Gegend die Hühnerstall heißt doch Hühnerstall ja als Vorsorge gerettet war ein Teil zu das hält er mit links das war da war da und jetzt kommt der Konter jetzt kommt der Konter ein Verwerbungs oder auch nicht danach nach der Nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Mann hat ein schöner Passive! Lächerlich! Den hab ich zwar nicht direkt verwertet, aber... Das ist egal! Der war trotzdem wußt! Hauptsache rein! Boah! Ja, Joni, was willst du machen... Ja, wenn es wir dann auch mit so einer Krüppeltruppe machen! Ja, da kannst echt nichts machen dran! A Krüppeltruppe! Das ist halt... Du bist so ein Hurensohn! Das ist ja auch! Können wir mal meine... meine schwarz-gelben Eier lecken? Naja, ich wollte gerade sagen, dein Schwachstum nicht runterrutschen. Boah, der verfand, wieso rennt der denn nicht? Komm Gretschen rein, dem Wichser. Schade. Warte, wo passt der? Was ist das denn für Homo-Pässe, ey? Oh Gott. Eine Knick in der Optik. Ja. Könnte das nicht so gut sehen. Was? Alter, voll. Schade. Oh mein Gott. Was? Warte, voll. Immer voll. Immer voll. Ich weiß, es ist nicht alle, wie die Mädchen wegdrehen von Schalke. Und der Ball. an und ich darf nicht als auch auf dem Weg der die Pervers geile der Hühnerstall drauf ist sind immer noch verletzt oder hat der Hildebrand sich jetzt mittlerweile durchgesetzt ich hab das zu können genau verfolgen von einem Feind in Schülens und der Wupport ja bis zu dritt sind ich hab den Ball ich hab den Ball jetzt rot rot auf jeden fall rot der beste Schiri wo gibt wie lang die Halbzeit ist kranker scheiß das zu halten nein das heißt nicht halten wir werden auf 3-1 verlängern ach das ist doch kack hier sei ne du rennst nicht kannst du wohl knicken schön mach es weg pass weg einfach ja mach ich doch da ist leider keiner dann wirst du halt dann aufgeschnupft oh fuck der sollte eigentlich zu dem also eigentlich ist die Innenverteidigung von Schalke ja echt nicht schlecht im FIFA muss ich ja zugeben bitte wir haben relativ schnelle Innenverteidiger mit Höwedes noch und Alter es ist keiner da überall geh beleiten ja dann so ein Hünteler muss ich durchsetzen das ist doch Weltklasse Weltklasse Korkettches ey jeden schade ich habe vorher noch einen Pferdesauerbraten gesnackt und jetzt geht es voran Pferdesauerbraten was ich bin verfahren ich passe einfach mal und Sauerbraten kommt aus Holland und Belgien wenn sie so was dann ist irgendwie aus Bayern Sauerbraten wachherrn Sauerbraten ganz auf jeden Fall auch in Holland genießen wenn man auf dem Ausland zu machen an Pferde Koppel und ein paar Zeichen da naja mal und Verteiligungsverlauf weiter ist er langsam und er steht so ich hatte sogar noch ein Ding selbst gegen die Hummels ab mein Mein Gott. Da ist ja noch meine Oma auf dem Rollator schneller. Pfff, da kommst du schneller rum. Echt mal. Leute, das darf nicht wahr sein. Schade. Alter, wir sind die ganze Zeit den Ball behaue. Karato Ushida hat das gemacht hier. Komm, geht's. Nee, 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 nee. Oh, Elfmeter. Was? Halbzeit. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Guck mal, neunte Minute, neunte Minute. So gehört sich das, oder? Welch ein schönes Tor. Aber wie schlecht ist denn der Weidenfeller? Das ist echt voll der Krüppel in dem Spiel. Das ist echt eine Genauigkeit von 100%, Johnny. Ja, 2-2 und die haben acht Torschüsse. So gehört sich das. So wird es aber auch ablaufen, das Spiel. Wenn der Schalke keine Tore schießen wird. Na, wenn der Weidenfeller so hält wie hier. Ja, dann wohl schon. Ja, das ist dann da. Es kann losgehen. Der Schildsricht. Steger nicht mit der Weidenfeller, wo brauche 82. Und sich schimpfen darf hier in dem Spiel so schlecht wie der Held. Der Weidenfeller, der sieht so schlecht wie der in dem Spiel Held. Ich sage nicht, Wheel life, Wheel life. Alter, was macht der denn diese Köpfe den Binneln und Balzen? Schade. alles weiter der ist so hat der humilde einfach weggekämpft wenn man da machen kann es halt nichts gegen sehr gut mann was sitzen nicht die schalke denn so durch hier und setzt sich denn hier ein schalter durch jetzt hier ja ich bin gar nicht mit links der neustädter ist nur nur 75 oder so ich weiß nicht was der für ein fuß ist ob der links oder rechts fuß ist auf jeden fall kein linksfuß sonst wär der drin da das hätte die chance sein oh ja oh nein das war sogar richtig knapp ich hätte nicht gedacht dass er da noch durchkommt ehrlich gesagt ein bisschen verwundert nein wie langsam dreht er sich denn um dieser kacken nein das ist ja boah 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 äh das ist echt was äh schon pervers ekelhaft und hooch peil 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 ist ich halte die sind so lahmarschig ey da fehlt echt so ein riprerie auf der seite ja also wenn man gut im fifa ist muss man auch mit krüppeln gewinnen können was war das denn? Nein, wieso passt der denn dann nicht? Jawohl, Junge, das war Skill einfach nur. Ey, wie schnell, ohne Scheiß, wie schnell ist der mit der Wüns-Lade? Wie schnell ist der mit der Wüns-Lade? Hahaha, natürlich nicht. Der kommt mir echt vor wie so eine 65 oder so. Jawohl, wie viele Leute da immer hinten stehen, das ist ja Hammer. Nein, Jay. Ja, sorry. Und Achtung, genau hingeschaut. Jetzt tun wir doch den Ball ab. Nein, der stand nur so alleine. Oh, ey, noch halten, so der 2-1-Jahr. Das Aufbauspiel des Gegners zu spät. Das sieht jetzt nicht gut aus. Doch, das sieht gut aus. Nein, das schon wieder sitzt, Leute, Scheiße. Boah, Alter, wir können den Ball nicht am Fuß halten, weil wir... Scheiße. Nice. Zack. Ja, da haben wir retten. Ja, da haben wir retten. Da haben wir retten. Ja, da haben wir retten. Ja, da haben wir retten. Ja, immer noch besser, als wenn die weiter da im Strafraum rumgurken. Aggressives Tackling. Nice. 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 What were that is? Das war nice. Das ist auf den Fuß gesprungen, äh. Alter. Äh. Ja, sicher, wir spielen Flipper. Oh, Scheiße, ist der Hummels. Schmelzer. Ja, 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 ich wollte eigentlich nicht nur, wie er mit da hinten läuft. Nein, 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 nein. Attacke gedrückt, da hab ich, ich hab Attacke gedrückt. Da hat er doch diese Scheiße gespeichert. Oben, richtig. Oben, die Trickscheidung. wie auch immer das ist ja wohl die 20 Mauer reingestiegen also wenn es ja schon nicht die Leitung von Schalker da einfach hinfällt Marco Reus nein 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 weiter Glückwunsch abgefahren der Reus was für ein Motherfucker und vorliegen die Spiele die Leute kriegen wir auch die Beiseurort da A es kommt vor Schuhe oder nachfälle er hat Tusch nur ein Wort wie passen die denn wie die vollbehinderten Leuchten Ali wir spielen ja auch hier gerade mit so einer Gruppe was ist er ich wollte ergeben da hat wir haben Schalker fällt sie jetzt wieder aufregen müssen der Blutdruck steigt wieder auch auch bei einem Fall du bist auch wenigstens ein bisschen Besseres gewohnt ja natürlich bin ich Besseres geworden also wenn ich hier also in der für den Flanken mit etwas schnellere Leute habe als diese Graupen hier das war ich das ja das machst du und ich dachte schon was macht der ich hab das leider überhaupt nicht zur ich hab das leider überhaupt nicht begriffen ja komm der ist so oft wie du schon getrickst hast hier ja ich hab den Ball nicht in der Fläche führen können ja auf jeden Fall eigentlich eher die anderen oder ich bin längst 4-1 jetzt was macht der denn immer für komische hohe Bälle wie langsam ist der Affe leider war letztes Mal im FIFA geiler ja letztes Mal hat er auch noch bei Barcelona gespielt und nicht bei Schalke ja das ist mal voll der Abstieg wenn man dann mal so nein ich wollte es wieder gut machen Mio mehr als das geht nicht mehr ja die macht jetzt mit einer Traumecke wieder gut ja ich bin so das kackfest also das darf nicht wahr sein an nur was nun weiter und mann wir hatten die mit seiner Nase geköpft oder was mit demnach das ausfällt demnach die einfach scheiße da ist da ist da hat er schiss gekriegt ja abseits abseits wenn ich auch ihm oder er klar waren das ist immer sofort Bescheid da ich bin da habe ich ihn da habe ich ihn jetzt macht das macht das macht das und Hünzel Afrika Fotzen Arsch um an Nämlich das war das denn so ich das war das ist ja nicht rechts oder links Fuß boah ey du hast ja wieder mit links geschossen der zweite Partizpec ja wie soll man das machen das war ich mit Hünseler gerade ist der erste Mal bei Neustädter ja wer ist das denn er kennt doch keine so wo er Gladbacher Ex-Ladbacher ich weiß auch nicht was denn da zurechtet dann Gott nein 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 Alter doch ja ein weißt du was war der Mann 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 die Warte 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 ich bin ich meine Warte 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 macht nichts Warte Warte Prozent ist wieder da noch so eine Geheimwaffe im Keller wenn ich mich da als Nürnberg erinnere das muss jetzt machen kann ich schießen als kannst du die Mannschaft ist die Prozent was was in die Welt in der Falle was sind die eine Lüge jetzt sich noch mal die Geheimwaffe jetzt ist er weg mit der scheiß Frikande jetzt kommt hier Finn Power wer was hat denn noch mal? Pukki genau Pukki, Pukki, Pukki oh mein Gott ja, pass auf, Hadi ich pass auf er war nämlich schon Rennverfahren, Rennverfahren, Rennverfahren nein, nein, das darf nicht wahr sein er ist aber im Abseits nein, 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 das darf nicht oh, das wird scheiße spannend ich will jetzt auf der Tor machen nein nein, Abseits Mann, was amt hatten Glück, ey, der hat mich am Arsch dann prügelt das Ding mal nach vorne ja, war ein bisschen weit ein bisschen das ist Boah, noch zwei Nachspielminuten, ey nein, 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 ich knick den, ich knick den, ich knick den nein, nein, schießt ja, das war alles so geil, das ist ja wohl eindeutig ein Scherz, ey das ist so schwer, ich hatte schon auf den Lippen dein erstes Orakielspiel und ich hab mal nicht verloren, ey BUM BUM komm, noch mal wir haben das noch rausgezögert, Hadi oh 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 wenn du das so nennen möchtest, Bert Lack ja, wir haben aber auch ne scheiß Mannschaft gehabt hat Reus wieder den Unterschied ausgestellt oh ja sehr schön sehr schön sehr schön ja, jetzt komm mal bitte, wie wir Orakel natürlich jetzt wieder wöchentlich natürlich geht jetzt wieder nix ich hoffe und ich bin so sicher das hat so ne scheiße das hat ätzend wobei wir eigentlich sagen können, dass wir von unserem Torwart eigentlich nicht das ist echt unbefriedigend können wir nicht unzufrieden sein so ne scheiß aber wie soll man sich auch mit Schalke befriedigen, das geht halt nicht da kann man, das geht auch nicht was war da noch Krüppel was war da noch Krüppel was hast du hier Krüppel Club oder was Krüppel keine du hast da gesagt Vollbehinderte das war hier ist doch klar wenn man mit so ner Gruppe spielt oh man oh man echt mal das ist die Marienkäfer Gruppe oder sowas aus dem Kindergarten spielt doch besser oh schade schade oh ich war zweitbester Spieler guck dir das an ja wie die immer dieselben wir haben so eine bessere Spielerleistung ja wir haben eine bessere Spieler also einmal im Prinzip haben wir unverdient verloren ja das stimmt wenn man sich auch so die Spiele-Details anguckt wir haben drei Torschüsse die anderen zwölf also eindeutig haben wir ja wohl die besseren Chancen gehabt oh ja weil ihr zwei so Lackerschancen habt wo ihr zweimal durchgekommen seid ne weißt du was das Schöne ist? dass wir gewonnen haben ja miau das ist das einzige was zählt Christian genau scheiß auf Statistiken die einzige Statistik die zählt sind die drei Punkte schön ja dann bis zum nächsten Mal Leute tschüssi miau tschau